Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, am 9. Februar stimmen wir über die Volksinitiative «Mehr bezahlbare Wohnungen» ab. Bundesrat und Parlament empfehlen, ein Nein in die Urne zu legen. Die Initiantinnen und Initianten wollen den gemeinnützigen Wohnungsbau fördern und mehr bezahlbaren Wohnraum für alle schaffen. Dabei wollen sie beim Wohnungsbau die Wohnbaugenossenschaften gegenüber anderen Bauherren bevorteilen. Jede zehnte neue Wohnung soll einer Genossenschaft gehören. Insgesamt rund dreimal mehr Wohnungen als bisher. Es ist schwer vorstellbar, dass die Wohnbaugenossenschaften diese Quote von 10% überhaupt erreichen können. Gemeinden, Kantone und Bund werden aufgrund des Verfassungstextes verpflichtet einzuspringen, um den geforderten Anteil zu erreichen. Die Kosten würden zulasten der Steuerzahlenden gehen. Weil die Wohnbaugenossenschaften insbesondere in den Städten kaum mehr geeignete Grundstücke finden, will die Initiative den Kantonen und Gemeinden ein Vorkaufsrecht ermöglichen. Kantone und Gemeinden können bereits heute Grundstücke erwerben und den Genossenschaften zur Verfügung stellen. Diese Möglichkeit wird jedoch nur von wenigen Kantonen genutzt. Tatsache ist, dass Vorkaufsrechte den freien Markt einschränken und Private benachteiligen. Zudem fördert der Bund den gemeinnützigen Wohnungsbau schon heute. Er hat einen sogenannten Fonds de Roulement eingerichtet, aus dem Darlehen gewählt werden. Das Parlament hat beschlossen, diesen Fonds für die nächsten zehn Jahre um bis zu 250 Millionen Franken aufzustocken. Dieses Geld fliesst aber nur, wenn die Initiative abgelehnt wird. Bundesrat und Parlament sind der Meinung, dass der Fonds de Roulement als wirksames und sinnvolles Instrument dient. Deshalb soll Rauch mit zusätzlichen Mitteln weitergeführt werden. Aus all diesen Gründen empfehlen Ihnen Bundesrat und Parlament, die Volksinitiative mehr bezahlbare Wohnungen abzulehnen.